Hallo und Willkommen zu Part 21. Diesmal stelle ich vor Kaito. Wir sind diesmal auf dem Gletschergipfel. Tatkräftig unterstützt werde ich wieder einmal von Dimensio. Und ich glaube, wenn ich mich nicht richtig erinnere, dass jetzt auf dem Gletschergipfel sowohl Ace Climber als auch einer meiner Lieblingscharaktere kommt am Ende. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Wir gucken mal. Ah, da kämpfen die beiden Schiffe. Das ist vom Meta Knight und dieses Star Fox. Da sind sie, die Ice Climbers. A gar meiner Lieblingscharaktere. Neben Pikachu. Finde ich die hier auch richtig cool. Obwohl die schon relativ versteckten Sexismus haben, denn wenn die Frau stirbt, ist das scheißegal, aber wenn der Mann stirbt, gehen beide drauf. Jo. Oh nein. Ist ja klar, wer ich bin. Ja, okay. Die unteren sind Meta Knight. Die unteren sind Eiskleinmars. Eiskleinmars. Meta Knight ist oben. Gott sei Dank, weil Eiskleinmars kann ich gar nicht steuern. Ich finde die ganz klasse. Nichts direkt mit denen ständig. Lade, Vorgang, Lade, Vorgang, Lade, Vorgang. Und weiter geht's. Die müssen nach oben. Nichts? Jo. Ist bei Eiskleinmars auch immer so. Groß Vibe. Klappenweil. Na, die sehen eigentlich knuffig aus, diese Eiskleinmars. Ja. Richtig niedlich. Wir haben so eine geile Smash-Attacke mit dem Eisberg. Ja, vielleicht aber auch auf kleinen Stages besser als auf den Rosen. Ja, deswegen. Rosen bringt ja doch fast gar nichts. Ja, aber man leid. Oh, 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 oh. So, da wird man sofort zerquetscht da unten, ne? Ja. Wenn man stehen geblieben wäre. Was machst du denn da? Ich bin schneller als du oben. Du bist immer schneller als ich oben, weil du dich im Weg stellst. Also, was ist? Ich bin immer der Sieger. Ich bin weiter oben. Ja, ja. Wetternei kann auch fliegen. Oh, 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 oh. Oh nein, nicht die schon wieder. Das sind die, die magst du doch so. Die vier Hubs, ne? Obwohl, ich finde eigentlich alle Gegner im Ordnung. Arschlich schmerzt es. Ich kann ihn nie leiden. Oh, verdammt. Da bringt die Waffe ja gar nichts. Was ist denn das für ein Dreck? Was für eine Waffe? Hattest du gerade eine Waffe? Ja, da, die da liegt. Bringt die nichts denn nicht los? Die haben mich einfach weggeknallt, obwohl ich die hatte. Nein, nein, lass mich. Nein, nein, nein. Kannst du nichts tun? Nein, wirklich, wirklich. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm. Achso. Was machst du denn da? Du hast uns aus dem Bildschirm gekickt. Ja, ja, sorry, Alter, ey. Lass mich mal steuern, lieber. Ja, steuern, du. Was ist denn jetzt? Gut gesteuert. Du musst auch so steuern, dass ich auch mit reinfliege. Okay. Stellt sich aber auch manchmal an. Verdammt. Na, sorry, ich bin ins Gebot, dass ich einfach weiterfliege. Wenn ich hatte, ohne nicht mehr funktioniert. Ja, du. Ja. Jetzt aber. Was war das denn jetzt? Ich hab genau geschossen. Ja, was kack ich denn? Du hast doch halb mich nach unten gedrückt. Ich leg die Färbelin über das zur Seite. Zack. Ja, gleich haben wir es. Ich muss so schießen, als wenn ich nichts mache. Du hast übrigens mein Weibchen getötet. Du hast abgefeuert, als du in das rote Bereich gefolgen bist. Da war ein Weibchen nur da. Ja. Nein! Warum hast du gedrückt? Ja, ich bin, ich bin dringend. Ach. Wir waren drin. So, jetzt Ruhe hier. Zack. Ich bin immer so sehr auf den Zweiknopf gegangen. Nein, nein. Ach, scheiße, ey. Ich kann gar nicht mehr. Richtig. Mein Mann war ein Weibchen nicht mehr. Ja, warte. Wenigstens durch die Tür, ja? Immer Ruhe bewahren. Ach, Mann, ey. Scheiße. Ja, hier ist es eh vorbei. Ich bin tot. Ja, toll. Ah. Ah, ja. Scheiße. Ja, komm. Nein. Ach, Mann, können die nicht sterben erst mal? Ach, Mann. Ich hasse das. Ah, ja, ja, los. Ja, ja, los. Ah. Tue ich da. Na, endlich. Meine Güte. Ach, darf Gott sei Dank. Ich dachte schon, wir hätten schon wieder 15 Minuten für den Part gebraucht. Ohne die Frauen ist das nichts. Ah, man kann nicht mit ihnen, aber auch nicht ohne sie, oder? Ja, ich bin auf mein Weibchen hier angewiesen, meine Freundin hier. Pass lieber auf, dass du nicht mehr getroffen wirst von den Mistviechern. Ess den Apfel da. Ja, der ist wichtiger. Na, guck, ich hab jemanden getroffen. Ich hasse Fluss. Vor allem, weil die sich immer ständig erholen. Ja, und vor allem, weil ich gleich weg bin. Ja. Du kannst es vergessen. Ich kann ja auch nie mehr nach oben. Kaboom. Ich kann ja auch nie mehr nach oben, wenn ich mein Weibchen nicht mehr habe. Ja. Lass es mir jetzt wenigstens nach der Tür, glaube ich. Ja, ich hoffe es. Ist doch, die Türen sind da immer Checkpoints. Ja, genau. Prima. Lass es mal, pass auf, wo ich keine Ruhe habe, woher ist. Du hast das erste Mal dein Weibchen geopfert, ne? Das war nicht ich. Ja, weil der Kerl ist mit draufgegangen. Sterb, diese Mistviecher. Jetzt kann ich dir ja helfen bei den Fluss. Jo. Was macht die Zeit? Ah, passt noch. Passt noch? Okay. Passt lieber auf, dass die Fluss uns nicht wiederkriegen, diese Mistviecher. Ich hole mir jetzt nur eine Fluss-Trophäe, wenn das möglich ist. Ja, prima. Pass ein. Oh oh. Bleib von der Kugel weg oder schmeiß sie wenigstens weg. Nicht auf mich, du Depp. Guck mal, da ist auch ein Lichtschwert. Yeah. Wer treibt das eigentlich? Der Mensch schon bestimmt, ne? Das Mensch ist ganz sicher. Ah ja. Komm, Plattform. Erlöse mich. Vorsichtig. Einige Plattformen zerquetschen einen aus. Das ist Adidas zum Beispiel. Aha. Ich merke es gerade. Aber sie ist so langsam. Ja, ich warte nicht mal hier. Wuhu. Ich bin irgendwo, nirgendwo. Ja, hier oben. Auf der Plattform. Ich hab einen Hammer und ein Lichtschwert. Also. Aber er braucht schon ein Lichtschwert. Och, ich nehm immer gerne ein Lichtschwert. Ich hab einen Hammer. Das ist effektiver. Ich hab zwei Schwerter. Ein Lichtschwert und ein goldenes. Zacken. Mhm. Oh, 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 oh. Komm, schnell. Ich werd hier gleich verquetscht. Ja, mach schneller. Wo bin ich denn in der Stachelstatue, oder was ist das da war? Ja, das war eins von diesen Sonderitems. Diese Helferdruckläden. Prima. Ja, das passt noch. Und? Passt noch? Jetzt sollten wir aber erstmal lieber kurz abbrechen. Jo, wir sind dann nächstes Mal wieder für euch da. Ja, ihr seid die Schärfsten und die Besten von allem. Ja, sowieso, weil sie uns gucken. Bis denn. Ja, bis denn. Tschüss.